Dale ist der Clevere, Mel ist der Gute und ich bin der Versager. Drei Brüder. Bleibst du nicht zu weit, 20-Man. Du kommst raus zur Gefängnisleitung. Jetzt gleich. Du kommst raus, 20-Man. Zur Gefängnisleitung. Dein Glückstag. Gefängnisleitung. Ja! Drei Brüder bereit abzuräumen. Dale meint, dass er es nie wieder macht. Sag niemals nie, Baby. Aber wenn man einmal drin ist... Es gab einen Hack. ...ist es schwer rauszukommen. Ich dachte, es gefällt dir, wenn ich eine Schlampe bin. Wenn du meine Schlampe bist, dann ja. Wir sehen mal, wessen Schlampe ich bin, wenn du nach Hause kommst. Ob es dann wohl wie früher ist? Bei mir hat sich nichts verändert seit dem Tag, an dem wir uns begegnet sind. Ich habe jetzt die Finger an dem größten Haufen Cash der Geschichte. Denkst du, dasselbe, was ich denke? Und wenn man einmal draußen ist... Und was ist mit Dale? Was ist mit ihm? Er ist mein Mann. ...ist es schwer draußen zu bleiben. Rauben Sie gerne Banken aus. Unter uns, ich find's geil. Um 6 Uhr habt ihr mehr Cash, als ihr euch erträumen könnt. Niemand wird verletzt. Nie wird jemand verletzt, Mann. Die Polizei in Melbourne sagt, dass sie keine frischen Spuren zu der Bande hat, die für den blutigsten Raub der australischen Kriminalgeschichte verantwortlich ist. Einer ihrer scheißblöden Hohlköpfe ist dabei, Leute abzuknallen! Immer schön nach Haus zu kommen und zu sehen, dass sich nichts verändert hat. Wo ist das verdammte Geld? Oh, ich habe so einer Kuh in den Arsch gesteckt. Hoffentlich hast du dir danach die Hände gewaschen. Hände ich in die Aufmerksamkeit bedürfte, Ladies and Gentlemen. Hände ich in die Aufmerksamkeit bedürft. Auch mit den Furten. The Hard Word Scheißbäuen, Scheißbäuen, welche Kühe sind am blödesten Scheißbäuen. Demnächst.